So, es ist soweit die Top 100 Selektion. Das heißt, über 16.000 Artikel hat Pearl. Und jetzt haben wir die besten 100 Artikel nochmal aussortiert in den unterschiedlichsten 25 Stück. Und wir fangen jetzt an mit der ersten Hälfte und freue mich, dass wir hier was ganz, ganz Aufregendes haben. Etwas für die Augen, etwas für die Ohren, also für alle Sinne, die wir sehr oft benutzen. Und liebe Kathi, wir haben ja jetzt hier ein absolutes Highlight. Es leuchtet ja schon hier so ein bisschen in der blauen Farbe und wechselt jetzt die Farbe. Und wir haben es ja schon eingeschaltet. Das ist ja ein Bluetooth, Entschuldigung, Lautsprecher. Genau, es ist ein wunderschöner Lautsprecher, den wir hier haben. Und was für einer. Es ist wirklich eines unserer ganz, ganz neuen Produkte hier auch im Sortiment. Und ich bin total begeistert. Ich bin sowieso so eine Musikliebhaberin. Wie schaut es bei dir aus? Ich liebe Musik und zwar überall an jeder Ecke. Und am liebsten würde ich es überall gerne mitnehmen. Ist aber nicht immer möglich, weil man hat ja nicht dazu das nötige Gerät. Jetzt haben wir hier natürlich ein super Gerät, ein MP3-Gerät, würde ich sagen, was man mit Bluetooth, mit dem Smartphone, mit dem MP3-Gerät bedienen kann, mit dem Tablet oder natürlich auch mit einem Kabel. Aber da habe ich dir bestimmt etwas vorab weggenommen. Nö, nö, das ist genau richtig so. Es ist natürlich klein und kompakt. Du hast da nämlich was Gutes angesprochen zum Mitnehmen. Man hat natürlich nicht immer so ein Gerät dabei. Und jetzt kann man es aber dabei haben mit diesem kleinen, kompakten Gerät. Und wir haben jetzt hier mal mit dem AUX-Kabel einfach ein Smartphone angeschlossen. Und das können wir ja mal zeigen, wie toll das dann auch aussieht. Weil wir haben hier diese tollen, guck mal, Lichtimpulse. Das ist doch klasse, oder? Das ist klasse und vor allem abwechslungsreich. Es wechselt in vielen Regenbogenfragen wieder ein tolles Farbspiel und dann noch mit Musik unterstützt. Das ist wunderbar. Und man kann es natürlich dann auch per Bluetooth halt an sein Smartphone oder seinen MP3-Player, sein Tablet halt anschließen. Wir haben es jetzt hier mit Kabel gemacht und kann dann auch unterschiedliche Lichtimpulse einstellen, sodass man wirklich so ein richtig tolles Farbspiel hat. Also vier unterschiedliche Leuchtprogramme quasi gibt es. Und das sieht natürlich nicht nur toll aus, sondern der Klang ist auch einfach total faszinierend. Dafür, dass es so ein kleines, portables Gerät ist, was man überall mit hinnehmen kann. Und wir können es natürlich auch an der Lautstärke variieren und immer noch lauter machen. Und wie Kati schon sagte, man kann es tatsächlich überall mitnehmen. Und das finde ich so faszinierend. Und du hast das so wunderbar einfach angeschlossen mit deinem Smartphone mit Kabel. Sie können das natürlich aber auch per Bluetooth einschließen. Das heißt, sie brauchen kein lästiges Kabel, weil das möchte man ja auch nicht immer haben. Zum Beispiel hat man das Handy im Zimmer, im Wohnzimmer liegen und nimmt die kleine Box ins Badezimmer zum Beispiel mit natürlich Spritzwasser geschützt verstecken und kann da natürlich auch die Musik vorher anschließen. Ja, ich habe es jetzt mal ein bisschen leiser gemacht, damit wir uns hier weiter unterhalten können. Denn das ist natürlich superschön, gerade wenn man halt auch mal draußen unterwegs ist. Man sitzt vielleicht jetzt gerne auch auf dem Balkon. Man ist vielleicht auch gerne mal mit Freunden irgendwo am See oder irgendwo anders. Überhaupt kein Problem, weil dieses tolle Gerät können Sie immer und jederzeit mitnehmen. Und Sie haben dann nicht nur tollen Klang, sondern hier natürlich auch dieses wunderschöne Farbspiel, was dann natürlich nochmal richtig Stimmung bringt. Und hier sehen wir es mal im Einsatz auch. Das schafft richtig Partylaune so ein bisschen, oder? Das ist wirklich Partylaune und Disco, würde ich sagen. Die Disco zu Hause, du sparst dir quasi die kleine Glitterkugel, die man früher mal gesucht hat und so ein bisschen Farbspiel zu Hause in der Geburtstagsparty abends zum Beispiel. Oder wenn du 30 wirst oder 40, du hast immer ein kleines Farbspiel zu Hause oder auch im Badezimmer eine kleine Lichtshow. Und natürlich hier auch mit noch einigen Extras ausgestattet. Wenn wir uns das mal anschauen, da gibt es natürlich auch, wenn es mit Bluetooth zu deinem Smartphone verbunden ist, die Möglichkeit, frei zu sprechen. Also du kannst es dann auch direkt in der Freisprechfunktion nutzen. Das ist ja mal eine ganz optimale Liga, weil man hat ja auch nicht immer Lust, das Telefon zu halten. Und wenn man darüber natürlich eine Freisprechfunktion hat, ist das umso optimaler. Was mich jetzt natürlich ganz fasziniert ist, man kann ja jetzt hier, ich schalte das nochmal an, das ist so, zwar jetzt erstmal, der sagt mir dann was, aber Sie sehen dieses bunte Licht noch einmal. Das finde ich so total toll. Das ist total toll, oder? Also ich finde das total toll. Ich bin so ein kleines Kind damit. Wir haben ja so viele leuchtende Sachen, aber das setzt sich nochmal ab. Highlight fürs Auge, Highlight für die Ohren und hier ist natürlich direkt nochmal die Bestellnummer, die ZX1528569. Für 75,91 Euro haben wir hier alles in einem. Etwas für die Ohren, etwas für die Augen. Und ich bin hier so begeistert, weil man das Ganze fürs Tablet nutzen kann, für den MP3-Player, für Ihr Handy oder mit dem Kabel ganz einfach an Ihr Tablet anschließen, so wie Sie es möchten. Für 75,91 Euro ganz einfach unter der eingeblendeten Rufnummer anrufen. Genau, bestellen Sie direkt und warten Sie aber noch, denn unser nächstes Produkt, das brauchen Sie auf jeden Fall. Denn es soll ja einen Jahrhundertsommer geben, es soll ja richtig, richtig warm werden. Auch jetzt fürs Wochenende sind uns wieder sehr heiße Temperaturen bis zu 30 Grad angesagt worden. Da bin ich ganz gespannt, aber wenn es dann zu heiß wird, vielleicht kennst du das auch, dann ist man direkt immer, ich kriege sofort Kreislauf, mir geht es dann nicht gut, wenn es zu heiß ist. Und gerade wenn es in der Wohnung dann auch so stickig ist, möchte man gerne Abkühlung haben. Ja, vor allen Dingen, alle Leute, die auch viel arbeiten oder wenn sie dann in der Wohnung sind, abends ist es nicht gelüftet und es ist stickig. Und dann möchtest du kühle Luft haben, aber möchtest jetzt nicht die Türen aufreißen, weil dann kommen die Mücken meistens ran und du hast hier ein ganz tolles Gerät mitgebracht. Du arbeitest zum Beispiel auch sehr, sehr viel und dann hast du natürlich auch mit dem Kreislauf manchmal was zu tun. Ich glaube, das ist so ein optimaler Mitbringsel, den du brauchst, um dich ein bisschen runter zu kühlen und nochmal ein bisschen wieder, ja, kühle Luft zu haben, aber nicht zu kalte Luft. Genau, denn wir sprechen hier über unseren tollen Mini-Luftkühler mit einer Wasserkühlung und das funktioniert ganz, ganz einfach. Sie sehen hier unten den Wassertank, der ist hier großzügig mit 800 Millilitern ausgelegt und du siehst auch hier direkt, dass das Gerät gerade momentan nicht am Strom angeschlossen ist. Auch eine ganz wichtige Sache bei diesem Gerät, das heißt, man kann es überall mit hinnehmen. Also du kannst es, wie du gerade gesagt hast, flexibel einsetzen, auch mal in ein anderes Zimmer mitnehmen oder auch zum Arbeitsplatz, egal wo man ist, denn das funktioniert natürlich an den Strom angeschlossen oder mit Akkubetrieb. Das heißt dann bis zu vier Stunden Akku bei diesem kleinen Gerät und durch diese tolle, durch das Wasser, welches hier eingefüllt worden ist, wird quasi die Luft über das Wasser gezogen und dabei entsteht eine Verdunstungskälte. Und die wird dann hier vorne ausgegeben, ganz einfach zu bedienen, also anschalten, hier oben die Cooler-Funktion, du kannst zwei Geschwindigkeitsstufen auch noch wählen, je nachdem, wie du möchtest. Und dann kommt hier vorne diese sehr angenehm kühle Luft raus und die ist so vier, fünf Grad circa unter der normalen Raumtemperatur, also wirklich eine angenehme Kühlung, die hier rauskommt. Es ist nicht nur eine angenehme Kühlung, es erfrischt auch richtig, es ist eine richtig angenehme Brise und sie können auch hier ganz leicht mit den Lamellen die Windbrise so leicht einstellen, wie sie es haben möchten, mehr auf die Mitte, mehr nach oben. Aber du hast ja auch gesagt, du hast es ja jetzt kalt eingestellt, du kannst das ja natürlich auch ausschalten, dann haben wir einen normalen Ventilator praktisch. Ja, genau, dann, wenn man hier oben quasi das Cooler wegnimmt, dann habe ich einen normalen Ventilator, auch das schon sehr, sehr angenehm natürlich, gerade in dieser kleinen Form und dann, wenn ich es noch ein bisschen kühler haben will, dann hier schön diese Verdunstungskühlung zuschalten und dann kommt es noch mal kälter raus. Und gerade so ein kleines Gerät ist perfekt für den flexiblen Einsatz, das heißt, wenn ich zum Beispiel, ich kenne das immer, meine Beine werden immer direkt dick, dann kann ich mich schön, egal ob ich jetzt zum Beispiel auch abends noch auf der Terrasse sitze in der Wärme, das Gerät nehme ich dann einfach mit, stelle das mir schön unter den Tisch und lasse schön die Kühlung an meine Beine dann wedeln. Ja, ich finde das total angenehm, das ist dann total erfrischend und kalt, also eine schöne Sache hier und angenehm auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Also schön unterm Tisch stellen, bei Ihnen unter der Terrasse kriegt kein Mensch mit und Sie denken, warum sind Sie so schön frisch und knackig, wenn Sie aufstehen, weil das ist natürlich angenehm und das ist natürlich auch toll und jeder kennt das, man ist unterwegs zum Beispiel mit dem Wohnmobil oder dem Campingwagen oder man ist im Hotelzimmer und man hat keine Klimaanlage oder möchte dann ganz schnell, ja was heißt ganz schnell, man möchte einfach kühlere Luft haben, aber nicht zu kalt, weil Klimaanlage kann man ja auch nicht immer mitnehmen. Hier haben Sie das praktische Gerät, was wirklich sehr handlich ist und sehr leicht ist und was Sie überall mitnehmen können. Sie können es unter dem Tisch stellen, Sie können es kaschierend irgendwie am Balkon hinstellen, Sie können es im Wohnzimmer hinstellen, unter dem Tisch hinstellen, für die schönen Beine, damit die schön frisch gekühlt sind. Und ein Schlafzimmer, auch eine tolle Sache, wenn du ins Bett gehst und das Schlafzimmer so richtig stickig warm ist und du kannst nicht schlafen, das kennen Sie zu Hause bestimmt auch. Und dann kannst du, denkst du, oh nee. Aber nicht zu kalt machen, ne? Ja genau, deshalb ist das ja das Schöne bei so einem kleinen Gerät, das funktioniert sehr gut für 37,91 Euro, das ist unser TV-Sonderpreis für Sie unter der Bestellnummer NC 5771 und der 569. Da können Sie jetzt gerne anrufen und Ihre Produkte bestellen unter der 0180 51 51, dreimal die zwei. Ruhig auch mehrere Male pro Tag anrufen ist kein Problem bei uns, denn all Ihre Bestellungen werden gesammelt, werden zusammengefasst und Sie zahlen dann nur einmal pro Tag Porto und Versandkosten. Und damit kommen wir schon zum nächsten Produkt und da stehen wir mal auf, würde ich sagen, und gehen da mal eben rüber, kommen Sie mal mit uns mit, so, denn wir haben hier ein wunderschönes Gerät, 15 in 1 Multikocher und der kann so einiges. Der kann nicht nur einiges, das ist ein wirkliches Zaubergerät. Es kann kochen, es kann backen, es kann frittieren und es kann Reis garen, es kann Dampf garen, es kann praktisch alles, was Sie haben, machen. Und das alles in einem einzelnen Gerät. Ich bin davon fasziniert, weil Sie damit zum Beispiel auch Showkochen machen wollen. Sie können damit so richtig tolle Sachen anrichten und jeder wird begeistert sein, dem zuzusehen. Und ich bin so froh, dass wir das hier haben, weil das gibt es so, so selten zu kaufen, vor allen Dingen so hochwertig, so ein Markengerät, das gibt es nur wieder bei uns. Da hast du recht, das ist ja Markenqualität aus dem Hause Rosenstein und Söhne. Also wirklich was ganz Hochwertiges und es macht so viel Spaß, finde ich. Da macht das Kochen noch mehr Spaß. Also ich koche ja sowieso schon gerne, aber gerade mit so einem Gerät, da macht man das doch erst recht gerne, oder? Was man bei dir eigentlich gar nicht glauben würde, dass du, oder? Nee, würde man gar nicht glauben. Aber gerade Backen finde ich nämlich ganz, ganz toll. Also ich bin wirklich gerade, was Backen angeht, kochen mache ich gerne, kann ich eigentlich auch. Aber was ich am liebsten mache, ist wirklich backen. Und was ich ganz gerne mache, ist Brot, frisches Brot. Oh, und da so lecker, warm, so. Aha, genau das. Riechen Sie das, das frische Brot. Und das geht mit unserem Gerät nämlich auch, weil quasi auch ein Brotbackautomat ja drin ist. Das heißt, man kann auch wunderbar Brot damit machen. Und das Tolle bei dem Gerät ist, dass es halt diese Timer-Funktion hat. Und das habe ich so lieben gelernt. Du hast hier eine Timer-Funktion von bis zu 24 Stunden vorher einstellbar. Das heißt, du kannst einfach zum Beispiel, sagen wir mal, du machst es jetzt einfach mit einer Fertigbrotbackmischung. Gibt es in jedem Supermarkt. Einfach mit ein bisschen Wasser rein, Trockenhefe. Und dann, wenn das dann drin ist, kannst du das schon morgens einstellen, sagen wir mal, auf 6 Uhr. Und dann ist dein Brot, wenn du um 7.30 Uhr, 8 Uhr aufstehst, ist schon fertig gebacken in dem Gerät. Das ist doch mal was. Meine lieben Zuschauer, das muss jeder haben. Und jeder liebt diesen frischen Brotkopf. Allein schon, wenn sie in den Bäcker reingehen und denn endlich frisches Brot da ist, wenn es nicht schon 3 Stunden oder 4 Stunden da steht, das ist ein Gefühl, das wir doch lieber haben. Und wie die Kathi das sagt, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, morgens aufzustehen und frisch gebackenes Brot zu haben. Und wir sehen gerade in unseren Zuspieler, wie einfach das geht. Einfach die Backzutaten oder eine Fertig-Backmischung oder Reis, wie jetzt gerade in dem Video, beziehungsweise in unseren Zuspieler einstütten. Die Potion Wasser dazu anstellen, zack und in wenigen Minuten haben sie ihr Reisgericht oder den Reis fertig gezaubert. Und das geht ruckzuck. Und natürlich auch weitere Sachen, zum Beispiel, du sparst dir so viele einzelne Küchengeräte, die du kaufen müsstest. Und die Küche vollstellen, ne? Ja, zum Beispiel, du brauchst ein Brotbackautomat, dann will man natürlich tolle Pommes haben oder auch Kroketten oder sowas. Die gelingen einfach manchmal leckerer, wenn die aus der Fritteuse kommen. Und das kannst du hier machen. Du hast diese Fritteusen-Funktion mit dabei. Das ist natürlich super. Also, hier, schau mal der Reis. Und dann so schön locker, flockig, nicht angebacken, nicht angebraten und absolut, wie beim Chinesen, lecker. Dann läuft dann gleich das Wasser immer zusammen. Wir stehen jetzt hier schon, genau. Ich denke jetzt auch noch an frisch gebackenes Brot. Aber natürlich auch alle Aufsätze und alles Zubehör mit dabei. Das finde ich hier so toll bei Rosenstein und Söhne. Weil bei vielen Herstellern musst du dich ja immer hochkaufen. Du musst ja immer dazukaufen. Ja, das kaufen, das kaufen. Und hier ist einfach alles schon mit drin. Also, sie haben hier die unterschiedlichen Aufsätze. Das heißt, einmal dieser ganz, ganz große Topf hier. Fünf Liter Fassungsvermögen. Und natürlich hier die Aufsätze zum Beispiel zum Frittieren. Das Sieb ist mit dabei. Oh, Dampfgarn. Ja, ganz tolle Vitamine werden dabei. Wichtiges Thema. Total lecker, oder? Total. Dampfgarn ist wirklich super. Die kleinen Kälchen und Schäufelchen ist auch noch mit dabei. Natürlich ein Messbecher auch noch mit dabei. Und guck dir das an. Ist das nicht schön für Joghurt? Ja, Joghurt kann man auch damit machen. Ich werde, ich wollte schon sagen, ich werde bekloppt. Aber das ist ja so genial. Und schauen Sie sich dann mit Herz hin drauf. Das ist doch niedlich. So will man doch seinen Joghurt essen. Und so will man ihn haben. Und das können Sie ja auch alles in unserer super Maschine machen. Und Sie haben nur eine Maschine. Ansonsten haben Sie die Fritteuse, den Brotbackautomaten, den Reiskocher. Dann nochmal hier, was weiß ich. Den Dampfgarer. Den Dampfgarer. Dann haben Sie 20.000 Geräte und die Küche ist voll. Na super. Aber hier habe ich alles in einem und ich bin so begeistert. Und ich denke jetzt die ganze Zeit an ein frisch gebackenes Brot. Das genialste finde ich auch diese Zeitschaltuhr, dass Sie das einstellen können. Und dann ist Ihr Brot morgens fertig gebacken. Wie frisch vom Bäcker, wenn Sie aufstehen. 85,41 Euro kostet unser 15 in 1 Multifunktionskocher mit der Bestellnummer NC 3623 und der 569. Schnell zugreifen. Sie sparen sich so viele Geräte in einem. Bedienung ist wirklich einfach. Das heißt zugreifen. Und wir laufen jetzt direkt mal rum wieder zu unserem Vibrationstrainer. Der steht nämlich hier und der kommt als nächstes Produkt. Und das ist wirklich der Vibrationstrainer schlechthin, den wir im Programm haben. Ich starte schon mal mit Schuhen ausziehen. Ja gerne, mach schon mal, wenn du möchtest. Ansonsten gehe ich auch gerne drauf. Du, das ist kein Problem. Ich bin da schneller. Ich schad schon die Schuhe aus. Ich bin vibrationssüchtig. Aber nicht so wie ihr jetzt wieder denkt. Auch Sie werden das dann erleben. Gerade dieses Gerät hier aus dem Hause Nugent Medicals. Denn das ist ein ganz, ganz besonderes Gerät, was wir hier haben. Genau. Und das ist auch super einfach zu bedienen. Erstmal haben wir auch natürlich eine Fernbedienung, aber da kommen wir gleich drauf. Wir sehen hier auch ein ganz einfaches Display. Wir können das vertikal und horizontal shakern lassen. Ich sage immer shakern, das heißt eigentlich vibrieren und schütteln und rütteln. Und dieses wunderbare Vibrationsgerät passt natürlich auch unter jedes Bett, unter jeden Tisch. Und zehn Minuten am Tag reichen schon aus, um nach vier Wochen ein effektives Trainingsergebnis zu sehen. Und möchtest du das gerne bedienen? Ich kann es gerne bedienen, weil ich kann es hier von oben natürlich mit der Fernbedienung wunderbar vibrieren. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen komisch aus, mich mit diesem Ballonkleidchen und diesen tollen Strumpfhosen da drauf. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist egal, Sie können das machen. Zehn Minuten morgens oder zehn Minuten abends nach der Arbeit, da hat man nicht immer die Lust, die Sportklamotten anzuzählen. Einfach draufknallen, leicht in die Knie und schon fängt es an zu shakern. Und meine liebe Kathi hat ja auch die Fernbedienung in der Hand. Sie müssen sich jetzt nicht irgendwie bücken, Sie können quasi von oben aus einfach die Programme stärker stellen. Und wichtig hierbei ist, Sie haben ja auch hier die wunderbaren Griffe, die sind ja nicht einfach so da, um sich nur festzuhalten. Sie können auch effektiv gleich weitere Übungen im Oberkörper machen und im Arm- und Schulterbereich. Das ist wunderbar. Ich freue mich immer so, dieses Produkt vorstellen zu können, denn das ist ja auch gesundheitlich sehr, sehr angesehen, weil es nicht schädigend ist und nicht schwierig ist. Es ist so entspannt, Sie können die ganze Zeit reden, da drauf sein, Fernsehen gucken und nach zehn Minuten sind Sie fertig. Und es ist wirklich für jedes Alter zu gebrauchen, oder? Für jedes Alter. Ich würde jetzt nicht ein kleines Kind da nicht draufstellen. Aber so ab 14 Jahren würde ich schon sagen, so zack drauf, tu was für dich oder auch für Ältere, besonders nach der Reha. Da ist man so ein bisschen, ja, man fühlt sich schlaff und man ist nicht immer fähig, jetzt Joggen zu gehen oder sonst was. Das hier reicht schon, um ihre Muskeln wieder zu aktivieren. Aber auch für Ältere ist es gut geeignet, die jetzt natürlich nicht immer die Kraft haben. Ich denke da an meinen Papa und du hast ja auch, Papa, Mama, die sind nicht immer kräftig, haben auch nicht immer einen guten Tag. So ruhe ich sie zehn Minuten raus und habe mein optimales Trainingsergebnis und das mit wenig Kraftaufwendung. Es ist wirklich wie 90 Minuten Workout, was man sonst machen würde, reichen hier zehn Minuten. Wichtig ist natürlich, dass Sie sich auch die Zeit nehmen und erst mal zehn Minuten runterkommen. Und dann natürlich können Sie sich steigern mit den Armen, schau mal, das ist ganz einfach. Man kann dann auch mal nach vorne ziehen. Wichtig ist natürlich, dass Sie auf sich achten und das Zentrum immer stabil halten. Dann passiert auch nichts. Und dann falle ich auch nicht runter und so schön, du kannst mich jetzt mal, darfst mich mal kurz anhalten. Ja, ich halte dich mal an. Bitte schön. Und dann passiert auch nichts, wenn Sie runtersteigen, weil sonst, wenn ich wackele, dann falle ich natürlich runter. Aber so zack, ganz gemütlich runter, zusammenpacken und ganz schön wieder unter das Bett schieben zum Beispiel. Ist doch super. Jetzt bin ich wieder so klein und du so riesig. Ich ziehe mir hier mal die Schuhe wieder an. Ja, ich mache die Fernbedienung mal wieder vorne rein, denn hier gibt es eine extra Halterung für die Fernbedienung. Die kommt da extra rein, damit die auch nicht verloren geht. 237,41 Euro ist der Preis für unseren Vibrationstrainer. Und das ist wirklich der beliebteste Vibrationstrainer, den wir hier haben aus dem Hause New Gen Medicals. Wir haben es angesprochen mit einer vertikalen und einer horizontalen Vibration. Das ist dann eine sehr natürliche Vibration, die perfekt auf Ihre Muskulatur wirkt. Und wir haben Ihnen jetzt einmal die Einsteigerübung natürlich gezeigt. Sie können gerne auch mal in unsere Sportsendung reingucken. Da zeigen wir meistens noch sehr viel mehr Übungen. Aber auch bei diesem Gerät ganz, ganz wichtig, wie bei all unseren Produkten, ist eine deutsche Bedienungsanleitung dabei. Und auch hier nochmal ein kleines Heftchen mit Trainingsvorschlägen. Also da muss man wirklich gar keine Hemmungen haben, keine Angst. Das, gerade so ein Vibrationstrainer, ist perfekt für halt auch ältere Menschen, für Menschen nach Reha oder natürlich dann auch für Profisportler, je nach Übung. Nicht nur je nach Übung, das möchte ich auch aufgreifen. Du kannst es damit ja auch nochmal untermalen, nochmal unterstützen oder als Abschluss nach deinem Sport, wenn du jetzt zum Beispiel eine Stunde im Fitnessstudio warst, wenn du das jetzt gemacht hast, ist das nochmal ein wunderbarer Abschluss für die Muskeln, den Muskelaufbau und natürlich auch wieder das Abklingen danach. Das ist alles nochmal durchgeschüttelt. Es kannst du natürlich auch so ein bisschen als Muskelentspannung nehmen, wenn du ein sehr hartes Training gemacht hast, schüttelt das tatsächlich nochmal die Muskeln durch und du geringfügiger Muskelkater ist vorprogrammiert. Aber es gibt ja auch sehr viele Übungen generell auf den Geräten. Also da können Sie ganz viel machen, nicht nur Muskelaufbauübungen zum Beispiel, sondern auch Dehnübungen gibt es ganz viele auf dem Vibrationstrainer, wo man wirklich den gesamten Körper wunderbar dehnen kann. Oder natürlich dann auch tolle Massageübungen, wenn man den Stuhl dahinter stellt und sich dann schön einfach mal die Beine durchschütteln lässt, sich schön massieren lässt. Auch das ist möglich. Und das bekommen Sie alles zusammen hier zum kleinen TV-Sonderpreis. Ihre Bestellnummer, die NX1104 und die 569, ist gerade lieferbar. Einer der beliebtesten Geräte hier bei uns. Deshalb ganz, ganz schnell sein, wenn Sie ihn innerhalb weniger Tage dann nach Hause bekommen wollen. Dann können Sie los trainieren für Ihre Sommerfigur 237,41 Euro. Das ist unser TV-Sonderpreis. Kommt dann versandkostenfrei natürlich zu Ihnen. Und dann wünschen wir viel Spaß beim Training, würde ich sagen, oder? Viel Erfolg und Spaß, gell? Du hast recht. Und wir haben jetzt schon jede Menge geschwitzt dann nach dem Vibrationstrainer, obwohl so schnell zum Schwitzen kommt man dabei nicht. Und man sieht ja auch im Video noch einmal zum Abschluss. Es sieht so toll aus, so einfach. Das ist wirklich richtig toll. Wir haben jetzt hier schon einen Produktwechsel, was natürlich super ist, weil jetzt endlich der Sommer kommt. Es wird heiß. Und am Wochenende hat Kati schon gesagt, sie hat schon heute ins Wetter reingeschnüffelt. Es soll richtig heiß werden. Und darauf freuen wir uns ja auch alle. Aber damit bringt es sich natürlich auch mit, dass es so heiß ist, dass es manchmal unerträglich ist, besonders in den eigenen vier Wänden. Und da haben wir natürlich unsere super Monoblock-Klimaanlage. Die ist wirklich der Highlight pur. Das denke ich auch. Denn hier haben wir ein wunderschönes Gerät, was natürlich auch relativ flexibel einsetzbar ist, da es unten auf Rollen steht. Ich muss mich dann nur einmal quasi um diesen Ablaufluftschlauch kümmern. Der müsste quasi in so ein klassisches Rohr eingearbeitet werden. Viele haben das ja schon in der Wand, auch für den Trockner, diese Öffnung, um das rauszulegen. Oder natürlich auch mit, wir bieten auch eine tolle Fensterdurchführung an. Dann können Sie das auch aus dem Fenster einfach hängen. Also das geht ganz einfach, ist sehr einfach möglich. Und dann passt diese tolle Klimaanlage überall hin. Was haben wir denn hier für Einstellungsmöglichkeiten? Wir haben hier ganz tolle und vor allen Dingen ganz simple Einstellungsmöglichkeiten. Ganz toll, bevor ich hier ganz vorne anfange. Ich finde es ganz toll, dass wir einen Timer haben. Dieser Timer ermöglicht uns natürlich auch vorher schon eine Zeit einzustellen, wenn wir wissen, wir arbeiten jetzt bis 22 Uhr. Es hat richtig die Hitze und die Sonne in meinem Wohnzimmer geschienen, was natürlich sehr oft ist. Ich möchte aber nach Hause kommen und möchte es angenehm kühl haben. Dann kann ich hier vorher ganz bequem die Uhrzeit einstellen und dann fängt meine Klimaanlage an zu kühlen. Und hier vorne ist natürlich die Schwingung zum Einstellen, weil wir ja eigentlich von vorne anfangen wollen. Sie können natürlich hier auch gleich hier mit der Hand das, glaube ich, auch verschieben. Genau, das ist schon mal richtig. Und natürlich auch den Winkel verändern. Und dann kommen wir natürlich, wenn wir zu einer Sleep-Taste, die finde ich ganz toll. Wenn Sie also quasi schlafen gehen, dann stellt sich das natürlich irgendwann nach einer gewissen Zeit aus und fährt sich auch runter, damit das nicht so laut ist. Weil man denkt ja immer, die Klimaanlage ist ganz laut. Sie ist aber allgemein, die dürfen Sie anschalten, ne? Ja, klar. Überhaupt nicht laut. Wir haben ja natürlich auch die Möglichkeiten, die Temperatur höher zu stellen. Ganz einfach, wie man das hier sieht, ab. Also schön aufwärts. Und dann natürlich nach unten. Für mich wäre eher so, ja, so 22, 23 Grad. Aber dann ist schon die Grenze. Dann wird es mir schon langsam zu kalt. Aber jeder hat ja auch eine andere Wohlfühltemperatur, oder? Das kann man ja selber ja perfekt einstellen. Wirklich aufs Grad genau, was man für eine Temperatur haben möchte. Das ist natürlich bei dieser Klimaanlage sehr schön gemacht. Nicht nur schön gemacht, ich finde das sehr angenehm. Weil du und ich hier sind zum Beispiel Leute, wir mögen es nicht so kalt. Das heißt, wir machen es zum Beispiel wieder höher. Auf 23 Grad, das wäre schon besser als 22 Grad. Unser Ralf, der würde natürlich auf 19 Grad am besten runter machen. Eiswürfel-Fachgefühl. Und wir Frauen sitzen dann schon wieder mit der Jacke da. Aber das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Sie können es natürlich auch vorher einstellen, wann sie anschalten soll oder wann sie sich auch wieder ausschalten soll. Das finde ich eine sehr optimale Sache. Und wie du auch gesagt hast, es ist ja eine Klimaanlage. Und jeder hat Angst bei einer Klimaanlage, dass sie zum Beispiel total viel Strom frisst. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben hier, wenn ich das einmal umdrehen darf, die Energie... Oh Gott, entschuldige. Das war so ein toller Kleid. Nein, das wollten wir nicht. Ich drehe weg. Aber hier haben wir Energie... Energieklasse A. Aber... Das war ja kurz angekündigt. Jetzt bin ich auf jeden Fall richtig wach. Wir kommen mal wieder zurück. Ich würde sagen, Energieklasse A. Und wer einen Luftzug haben möchte unter dem Rock, kann das natürlich auch haben. Soll natürlich nicht sein. Ich habe das jetzt umpässlich umgedreht. Aber ich finde das total toll, dass das hier so sparsam ist und gar kein Energiefresser ist, sondern sparsam. Das heißt, keine Angst haben. Ich drehe jetzt auch wieder hoch. Sieht aber jetzt aus. Wunderbar. Und ich finde das auch noch so toll, dass man das hier mit dem Hebel einfach nehmen kann und ins nächste Zimmer schieben kann. Das heißt, man hat eine Klimaanlage und man hat dafür gesorgt, dass wirklich in jedem Raum es kühl sein kann und nicht schwer transportiert werden muss. Also Luxus und Komfort, den wir hier haben und das auch noch mit der tollen Fernbedienung, die ist natürlich auch im Lieferumfang inklusive, sodass Sie dann auch ganz entspannt von Ihrem Bett aus hier die Klimaanlage zum Beispiel steuern können. Also ganz viel Luxus und Komfort und dann geht es einem so richtig gut mit toller, schöner Luft. Und schöne, kühle Luft zum Beispiel im Schlafzimmer, da kannst du das wunderbar machen. Und für 199,50 Euro haben Sie dieses wunderbare Prachtstück bei sich zu Hause unter der Bestellnummer NC 56 53 569. Haben Sie Ihre nächsten warmen, heißen Sommernächte schön angenehm kühl, sodass Sie schön und entspannt morgens aufstehen und aufwachen. Aber auch natürlich, wenn Sie Kinder haben oder so, Sie können dafür sorgen, dass das Zimmer schön kühl ist. Und jetzt, jetzt freue ich mich so richtig, denn die Kathi hat es schon in der Hand. Das ist der mega coole, praktische Multipunktionsrucksack in unserer X-Case und ich bin so begeistert, weil man da wirklich alles reinstopfen kann. Wie oft haben wir das Problem, wir haben keinen geeigneten Rucksack. Ja, das stimmt. Also ich habe ja auch quasi nie einen passenden Rucksack zur Hand. Und hier haben wir aber einen, schau dir das mal an, mit diesen vielen Öffnungen. Hier vorne noch die Schlaufen. Tolles Material ist das auch. Es ist hochwertiges Nylon, also super strapazierfähig und natürlich auch windbeständig. Und ich würde sagen, es reicht auch das Wasser, wenn Sie jetzt in den Regen kommen. Es hält den Regen gut ab. Also es ist super. Sie haben hier drei große Fächer und natürlich auch überall nochmal weitere Möglichkeiten. Schau mal, da kann man auch so ein Handtuch unterklemmen oder so eine kleine Matte dazwischen setzen. Das heißt, die haben hier richtig viel Platz. Hier vorne haben wir nochmal ein Fach. Super, mit dem Kleider passt das auch. Sieht ganz toll aus und es trägt sich total bequem. Ja, hier sehen wir es auch gerade. Schaut ihr das an. Gerade wenn man dann draußen unterwegs ist, man geht vielleicht schön mal wandern. Man ist unterwegs in die Stadt, man macht einen kleinen Ausflug jetzt im Sommer, man ist im Urlaub und macht da Besichtigungen, ist irgendwie unterwegs. Da muss ja so ein Rucksack quasi sein. Das ist ein Rucksackpflicht. Und da können Sie hier dann wunderbar alles perfekt reinbekommen, egal was Sie dann da auch reinpacken möchten. Und es ist wirklich, also ich bin überrascht, wie bequem der sitzt. Der hat auch extra noch so Polsterung. Also tolle Sache mit den ganzen Öffnungen hier. Da sehen wir es auch. Große Öffnung, kleine Öffnung. Einfach wieder über die Schulter geschmissen, hier mit diesen toll gepolsterten Schultergurten. Hier vorne noch dieses Bändchen, was man zumachen kann, damit er auch nicht verrutscht. Und du kennst das doch sicher, als du noch früher in der Schule zum Beispiel warst und hier dann auf Wandertag war. So toll wie das jetzt bei Kati sitzt, sitzt das dann auch bei Ihnen. Das kann man hier auch alles noch verstellen. Also ich kann ihn auch noch hier hochziehen quasi. Kann das hier toll machen, kann da noch was reinmachen. Also wirklich sehr komfortabel hier unten. Das ist auch alles gepolstert hier unten. Schau mal, das ist ganz weich. Das ist wunderbar, es tut nicht weh. Es ist wirklich auch für Erwachsene und auch für Jugendliche geeignet. Sehr angenehm am Rücken. Genau, und jeder hat mal Rückenprobleme. Und gerade jetzt auch zum Beispiel, wenn man lange unterwegs ist, ist diese Polsterung ein absoluter Muss. Wir haben den jetzt leider nicht vollgepackt, aber es passt jede Menge rein. Und der sieht doch nun wirklich stylisch und schick aus. Finde ich auch. Ganz toll finde ich das, was du das hier um den Bauch noch klappen kannst. Denn dadurch ermöglicht man sich auch den besseren fixierten Halt und hat auch gesundheitlich wieder dafür vorgesorgt, dass ich mir keine Rückenschmerzen hole. Das ist einfach viel besser. Und man sieht jetzt auch gerade, es sitzt hier richtig gut bei der Kati. Er ist jetzt leider leer. Aber wenn er schwerer wäre, würde sie es trotzdem als leicht empfinden, weil er so wunderbar abgefedert ist. Und da müssen sie meistens draußen richtig viel Geld für lassen. Und hier lassen sie eine wirklich kleine, überschaubare Summe von 14,16 Euro. Und was ich jetzt noch ganz dringend sagen will, ist, ganz toll ist auch hier, das ist hier am Boden so robust, dass du keine Angst haben musst, weil er zu dünn wäre, weil er nochmal abgepolstert ist. Wenn der auf dem Boden steht, das geht nicht so schnell kaputt. Das ist einfach stabiler und das ist auch robuster. Und Sie sehen richtig, man kann ihn wirklich vollpacken. Da passt richtig viel rein. Man würde sagen, fast so ein riesen Schulranzen. Es ist tatsächlich auch dafür geeignet, wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter einfach einen coolen Rucksack haben wollen, dann haben wir das damit geschaffen. Und das für 14,16 Euro unter der Bestellnummer PE4731569. Haben Sie einen super praktischen, hochwertig verarbeitenden Rucksack bei Ihnen. Also ganz schnell unter der eingeblendeten Rufnummer anrufen. Und wenn es dann mal so ist, dass Sie vielleicht doch mal in der Warteschleife sind, ganz egal, probieren Sie ganz oft noch einmal. Und Sie haben ein ganz tolles Schmuckstück für Ihren Urlaub, für die Schule, für Freizeit und Sport bei Ihnen. Und ich bin jetzt wieder so hellauf begeistert, weil die liebe Kathi hat jetzt eine ganz, ganz tolle Uhr um ihr Handgelenk. Das ist zwar eine Herrenuhr, aber ich finde, Frauen können die auch tragen. Weil manche Frauen tragen ja gerne große Uhren und die sitzt so toll bei Dir. Eine wunderschöne Herrenuhr aus dem Hause St. Leonard. Und die müssen wir uns mal ganz genau anschauen, weil das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Eine Automatikuhr im Chronographenlook, die wir hier haben. Und das erkennt man sofort, wenn man hier direkt drauf schaut. Da sehen wir schon, wunderschön gearbeitet mit diesen Krono-Augen, die wir hier sehen. Und was natürlich auch Ihnen wahrscheinlich direkt zu Hause aufgefallen ist, hier auf 6 Uhr, die offene Unruhe. Ach, das ist so schön. Ich könnte da stundenlang reingucken. Das beruhigt auch. Ja, finde ich auch. Also es sind kleine Details, wo man sich richtig rein verlieben kann und verlieben muss. Ja, ich bin ja sowieso total der Uhren-Fan. Ich bin total begeistert von schönen Uhren. Und wenn man Uhren liebt, dann schaut man auch immer ein bisschen, okay, wer hat eine schöne Uhr, was gefällt einem, was sieht toll aus. Und ich stehe wirklich gerade auf diesem Chronographenlook unheimlich hier mit so einer offenen Unruhe. Ich finde, das macht so eine Uhr immer noch ganz, ganz besonders. Und ein weiteres Highlight möchte ich Ihnen mal zeigen. Ich nehme sie mal wieder ab. Die hat hinten diese wunderschöne Dornschließe, dieses tolle Kunstlederarmband hier. In dieser wunderschönen Kroko-Optik, schau mal allein, das ist ein richtiger Hingucker, wenn man sich das anschaut, wie edel das gemacht ist. Das sieht so schön aus. Traumhaft schön. Und ich drehe sie jetzt einmal um, um Ihnen von hinten etwas zu zeigen. Da sehen wir es. Schau dir das an. Da ist das natürlich auch noch einmal ein Glasboden auf der Rückseite, wo man quasi dann hier den Blick ins Uhrwerk haben kann, wo die Uhr hier, eine wunderschöne Automatikuhr, immer wieder aufgezogen wird. Eine tolle Sache. Und Automatikuhren, die setzen sich natürlich wieder von den ganz anderen Uhren ab. Ich finde, das ist immer ein Zeichen von Stil, Eleganz und Energie auch irgendwie. Weil ich finde, so eine Uhr macht Power her, finde ich, am Arm. Das setzt richtig ab. So wie richtige Fliegeruhren das natürlich auch waren. Ich finde auch gerade Männer, die solche Uhren tragen, da guckt man dann gerne noch ein zweites Mal hin, weil das zeigt natürlich schon viel auch von ihrem Charakter, wenn Sie so eine Uhr am Handgelenk haben. Da sieht man, der Mann, der achtet auf sich, der hat Stil, der weiß, was wirklich schick ist, was edel und was elegant an ihm wirkt. Und dann muss man so eine Uhr haben, gerade wenn man sie hier aus dem Hause St. Leonhard bekommen kann. Und dann für so einen Preis. Schau dir das mal an. 56,91 Euro ist unser TV-Sonderpreis heute. Und normalerweise liegen diese Uhren wirklich weit, weit über mehrere hundert Euro. Heute hier absoluter TV-Sonderpreis 56,91 Euro. So ein richtiges Sammlerstück aus dem Hause St. Leonhard. Ein Sammlerstück und ich würde sagen, Sie machen auch jeden Mann damit eine Freude. Wie oft haben wir das Problem, wir wissen nicht, was wir unserem Mann schenken, unserem Partner, unseren Lebensgefährten oder unserem Bruder oder Schwager. Hier haben Sie ein ganz, ganz tolles Geschenk. Das setzt sich ab. Es ist ein Sammlerstück. Es ist ein ganz tolles Produkt, was Sie tragen und was den Mann verschönert. Und vor allen Dingen, was den Arm verschönert. Und das ist so elegant, dass man das auch als Geschenk wunderbar verschenken kann. Für diesen Preis kann ich Ihnen nur sagen, machen Sie jeden Mann eine wunderbare Freude. Und vor allen Dingen müssen Sie das ganz schnell bestellen unter der NC 73 30 569. Und sichern Sie sich das für nur 56,91 Euro. Dafür kriegen Sie keine andere Uhr, die in dieser Qualität ist. Und vor allen Dingen mit dieser hochwertigen Verarbeitung ein wirklicher Blickfang. Und es ist auch etwas fürs Herz. Und der Mann freut sich umso mehr, wenn er damit bestückt ist. Und jetzt kommen wir zu etwas wieder Sportlichen. Ja, von unserer wunderschönen St. Leonhard. Ganz, ganz schnell sein hier bitte mit dem Bestellen. Ich höre gerade, die Leitungen sind schon sehr, sehr voll. Sie bestellen schon reichlich. Also vielen Dank dafür. Die wird leider bald ausverkauft sein. Bei dem Preis kein Wunder. Gehen wir jetzt direkt zu unserem E-Rädle. Und da stehen wir jetzt einmal auf und laufen darüber, weil es ist hier schon ins Studio gekommen. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. So ein Fahrrad. Und es ist ja schon kein richtiges Fahrrad mehr, sondern quasi schon ein kleines Hightech-Fahrrad. Denn gerade in dem Falle, wenn man vielleicht gerne Fahrrad fährt, aber es einem immer schwerer fällt. Und man auch gerne vielleicht noch mit den Enkeln eine lange Distanz machen möchte, ein bisschen weiterfahren möchte. Aber man weiß, man schafft es einfach nicht mehr. Da kommt natürlich so ein E-Rädle perfekt zum Einsatz. Denn da wird Ihre Tretleistung unterstützt. Wir haben hier diesen tollen kleinen Monitor hier oben. Ich mache es mal an, damit wir uns das auch anschauen können. Und da sehen wir direkt einen Tretassistenten. Den kann ich in drei Stufen einstellen. Und kann quasi das, was ich trete, jede Tretumdrehung, dann verdreifachen lassen, wenn ich das möchte. Kann ich halt individuell einstellen. Auch wenn man nichts braucht, ne? Wenn ich es brauche. Ansonsten kann ich den auch gerne ausstellen und ganz normal Fahrrad fahren. Und hier unten, da ist quasi der kleine Motor. Hier sehen wir diesen tollen 8 Ampere Lithium-Ionen-Akku, der hier verbaut ist. Den kann ich natürlich auch dementsprechend absichern. Wir sehen hier, da ist ein kleiner Schlüssel dran, sodass mir der auch nicht geklaut wird. Das Ladegerät, das ist im Lieferumfang mit dabei. Das bekommen Sie auch mit nach Hause. Und bei einmal vollgeladen schaffst du dann hier locker 40, 60 Kilometer mit so einer Akkuleistung. Zusätzlich noch. Also wenn du die zuschaltest, das heißt, wenn du selber vielleicht noch 10 Kilometer fährst, kannst du dann locker mal eine Tagestour machen mit 60, 70 Kilometern. Und vor allem ohne Probleme. Du bist damit unterstützt und du bist auf der sicheren Seite mit diesem Fahrrad. Aber schauen Sie sich doch mal wirklich dieses Fahrrad an. Es ist ein Klappfahrrad, das heißt, es ist absolut, absolut transportfähig. Und Sie haben keine Schwierigkeiten, dieses Fahrrad mit in den Urlaub zum Beispiel zu nehmen. Aber schauen Sie sich an, das sieht doch mal richtig stylisch aus, Kathi. Es sitzt sich ab in einem sehr coolen, matten Schwarz. Es ist absolut hier nochmal verarbeitet. Schauen Sie mal die Reifen. Das hat ja sogar schwarze Felgen. Das heißt, das lästige Putzen vom Rost wegmachen fällt Ihnen weg. Wir haben ja auch noch die Sicherheitsaspekte. Es ist absolut straßentauglich. Das heißt, Sie haben keine Angst und müssen auch keine Angst haben, dass wir Ihnen ja ein halbfertiges Fahrrad schicken. Denn hier haben Sie ein absolutes vollwertiges Produkt, was absolut straßenverkehrstauglich ist. Das ist natürlich auch wichtig. Und dazu muss ich was ganz Wichtiges sagen. E-Rädle, da braucht man keinen Führerschein für. E-Rädle ist wirklich wie ein normales Fahrrad. Sie können das ganz normal fahren, man braucht keinen Führerschein. Es herrscht auch keine Helmpflicht. Das heißt, wir empfehlen immer einen Helm, aber man muss eigentlich keinen aufsetzen. Also versicherungsfrei, Führerscheinfrei, Helmpflicht besteht eigentlich auch nicht, aber zur Vorsorge sollte man immer einen dabei haben. Und mittlerweile sieht man diese Fahrräder immer öfters und vor allen Dingen auch in Angeboten, was man denkt, dass ein Angebot wäre. Aber es sind meistens so teure Preise, da sind sie schon bei vierstelligen Zahlen. Die Fahrräder sehen meistens noch nicht mal toll aus, sondern sind irgendwie so hässlich. Man denkt so, okay, könnte ja schon ein bisschen stylischer, also ein bisschen moderner sein, meine ich. Und mein Papa zum Beispiel, mein Papa ist jetzt 73 und der hat das Problem, der hatte halt eine schwere OP gehabt, der hatte halt auch viel geraucht, wie das ja meistens leider ist. Nach 40 Jahren Rauchen hat er dann ein Raucherbein gehabt. Und dann ist das Problem gewesen, er wollte immer Fahrrad fahren. Er musste ja auch alles wieder neu lernen. Und dann ist so ein E-Bike ganz gut gewesen, aber er hat es wirklich für sehr viel Geld gekauft. Und jetzt steht es teilweise nur rum und man ärgert sich, dass man es nicht mehr benutzt. Dann war das kaputt, jenes kaputt und dann ärgert er sich, dass er wirklich so viel Geld ausgegeben hat. Und hier haben wir so wenig Geld und haben wirklich ein ganz tolles Bike. Und du hast vorhin was auch Gutes gesagt, denn es handelt sich hier natürlich um ein Klapprad. Das heißt, hier in wenigen Handgriffen, da muss man hier nur diese Sicherheitsstutzen lösen. Kann man das dann in der Mitte zusammenklappen. Schau mal so zum Beispiel, das wird dann ganz klein. Und dann kann man zwei von diesen E-Bikes ohne Probleme auch in den Kofferraum bekommen. Also wir haben es ausprobiert. Zwei hintereinander passen in den Kofferraum. Das ist überhaupt kein Problem. Und zack. Genau. Und Lenker kannst du noch mit runter machen. Alles, das geht ruckzuck. Und dann kannst du die auch wunderbar mitnehmen, gerade beim Campen oder Zelten auch. Weil dann hast du dein E-Bike dabei und kannst auch wirklich mal längere Tagestouren machen. Und das hier für 949,99 Euro unter der Bestellnummer NX7200 und der 569. Und jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingsprodukt. Das ist mein absolutes Lieblingsprodukt, weil wir kennen das alle. Wir haben stickige Luft, wir haben gekocht, wir haben tagelang den Geruch in der Küche, weil auch die Dunstabzugshaube das nicht wegziehen kann, was einfach der Geruch ist. Und zwar zum Beispiel Knoblauchgeruch. Der bleibt echt wochenlang. Und wenn ich daran denke, wenn ich meine Pizza zubereite oder für meine Eltern Lasagne mache oder die Bolognese Stunden, 4-5 Stunden einkoche, weil ich bin halb Italienerin und wir kochen wirklich viel, dann stinkt es. Oder sie haben Raucher in der Bude und sie kriegen all diesen Geruch nicht weg. Oder wenn sie Geburtstage haben, du kennst das sicher, du hast eine riesen Familienfeier, alle sitzen da, alle atmen und du kannst nicht das Fenster aufreißen und es stinkt. Dann stellen wir doch ganz einfach dieses Gerät da hin. Das ist mein kleiner Zauberer, denn das ist unser Lufterfrischer und Luftreiniger. Der reinigt ihre Luft in wenigen Sekunden sauber. Ja, und das kann ich nur bestätigen, was du gesagt hast, weil ich habe ja auch große Familie und ich habe den selber dann nach Hause geholt auch und zwar schon an Weihnachten. Und da haben wir das ausprobiert und der ist so klasse. Für 18,91 Euro hat der so einen Effekt. Da war ich wirklich hin und weg, dass sowas so gut funktioniert. Also ich bin, glaube ich, von keinem Produkt so überzeugt wie von dem. Ich habe den für meine gesamten Tanten gekauft, für die gesamte Familie, weil es wirklich ein tolles Ergebnis bringt. Und Sie werden es merken, wenn Sie ihn zu Hause haben, wenn Sie ihn einmal einstellen. Und wir haben mehrere Einstellungsmöglichkeiten, das können wir Ihnen vielleicht mal zeigen. Wir haben hier einen Turbomodus und einen Flüstermodus, den man einstellen kann. Also wenn es wirklich dann stark verdreckte Luft ist quasi, wenn es richtig riecht, dann einmal auf den Turbomodus kurz anschalten und dann saugt der die Luft rein und es kommt die frische Luft raus. Und diese frische Luft, die der abgibt, für mich ist das immer so, kennst du diesen Geruch, wenn es geregnet hat, wenn es gewittert hat? Ich liebe den, das ist so richtig schön frisch angenehm. Wenn die Luft so richtig glasklar ist, wenn du richtig einatmen kannst und es riecht so richtig, das schafft dieser Luftreiniger. Und davon bin ich total begeistert. Hat eine Ionisatorfunktion mit drin, also eine spezielle Ionisatortechnik, die hier die Gerüche quasi aufspaltet und dann die frische Luft abgibt. Und das ist so ein Unterschied. Sie werden es merken, Sie werden sich so viel wohler fühlen, weil frische Luft macht so viel für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit aus. Da macht man sich manchmal gar nicht so Gedanken drüber, weil man ja immer ganz normal die Luft einatmet und ausatmet. Aber es ist wirklich frische Luft schafft und so viel mehr Lebensqualität. Wie du sagst, Lebensqualität. Vor allem Allergiker kennen das Problem. Man hat das Problem, dass man schlechte Bakterien in der Luft hat oder halt Viren in der Luft hat oder das Problem hat, dass man Pollen einatmet. Oder zum Beispiel auch, wenn Tiere da im Raum sind, dann stinkt es ja leider meistens, wenn man zum Beispiel aus einem Regen kommt. Hier ist alles gereinigt mit unserem kleinen Zauberer, sage ich mal, mit unserem Luftreiniger. Kriegen Sie all auch diese Bakterien und Viren aus der Luft weg und das in wenigen Sekunden. Das heißt, ich kann Ihnen das wirklich nur am Herz legen. Für 18,91 Euro unter der Bestellnummer NC 53 28 569 sichern Sie sich eine frische Brise. Und wie Kati gesagt hat, reine Luft pur, so wie nach einem frischen Gewitter schön einatmen und dieses schöne Lebensgefühl genießen für sich zu Hause. Und dann kommen wir auch schon zu unserem nächsten Produkt, der uns natürlich den Alltag wieder erleichtert, denn wir haben hier ein wunderbares Thermometer. Und dieses Thermometer hilft uns natürlich, viele Einstellungen in unserer Wohnung zum Beispiel zu regeln. Insofern würde ich auch sagen, Hitze oder Kälte, gell? Und in Kombination mit dem Luftreiniger natürlich ganz, ganz clever unser tolles Hygrometer mit Thermometer. Und wir können uns das mal gemeinsam anschauen, weil es ist wirklich ganz, ganz clever. Ich nehme es mal zu mir hoch, damit wir mal sehen können. Hier wird zweierlei angezeigt bei dem Hygrometer, nämlich zum einen die Luftfeuchtigkeit, zum anderen dann natürlich die Temperatur. Und das auch sehr schön ablesbar, weil wir sehen es hier einmal in Prozent natürlich die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur. Und hier in der Mitte ist was ganz, ganz Tolles, diese Farbskala, sodass man sehr einfach dann ablesen kann, ob die Luftfeuchtigkeit im grünen Bereich ist, ob es vielleicht zu nass ist, das sehen wir hier die blauen Bereiche, oder ob es zu trocken ist in dem Bereich, wo Sie jetzt Ihr Hygrometer aufgestellt haben. Das ist ja sehr gut unerkennlich zum Beispiel. Zum Beispiel gerade jetzt im Sommer, dann weiß man ganz genau, wann kann ich die Lüftung einschalten, wann sollte ich jetzt am besten den Luftreiniger zusammen mit der Kombination natürlich anstellen. Und es sagt uns vor allen Dingen, weil wir ja nie schnell verstehen, warum kriege ich jetzt so schlecht Luft. Ganz besonders kennst du das nachts, wenn du aufwachst und du bist so wirklich, deine Nase ist trocken und du denkst, jetzt nehme ich eine Runde Meerwasserspray, weil das alles so wirklich vertrocknet ist, weil es so stickig ist und weil es einfach trocken ist, die Luft. Und ich zum Beispiel schlafe jetzt gerade in einer Pension in einem Keller und ich kriege nachts sehr schlecht Luft und habe jetzt mal so ein Thermometer mitgenommen. Und der zeigt mir halt einfach an, dass die Luft einfach viel zu trocken ist. Und das ist ganz gut, dass ich dann weiß, woran es liegt und dann kann es dann auch verändern. Ja, genau das. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema in Kellerräumen, in Ihren Dachböden zum Beispiel, wenn Sie einen Wohnwagen haben oder eine Laube. Manchmal fängt man an zu riechen, dass etwas nicht stimmt, gerade bei Schimmelbildung, wenn es dann ein bisschen zu nass ist. Das hat man auch, da hat man zum Beispiel das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Bitte lieber vorsorgen, bitte so ein Hygrometer einfach mal aufstellen. Das ist ganz, ganz süß gemacht hier hinten. Ich zeige es mal von hinten. Hier ist so ein kleiner Aufsteller, das heißt, Sie können das entweder aufstellen, Sie können es aber auch an einen Nagel hängen oder auch mit dem Magnet irgendwo einfach an eine Fläche dran heften. Und dann sehen Sie immer direkt, wie ist meine Temperatur und wie ist meine Luftfeuchtigkeit im jeweiligen Raum. Oh, bei uns wird es jetzt hier schon ein bisschen trockener, sehe ich. Schau mal, die Temperatur geht hoch und dafür wird es hier ein bisschen trockener. Das kann man dann sehr gut überprüfen, aber gerade auch in die andere Richtung, wenn es dann halt zu nass wird, wenn wir Schimmelbildung irgendwo haben. Feuchtigkeit. Stell dir mal vor, im Keller, wenn du da irgendwelche Klamotten deponiert hast, Bücher und da wird es dann feucht. Ganz unschöne Situation. Hiermit können Sie das immer wunderbar überprüfen. Also einfach an die Wand hängen oder aufstellen und schon können Sie anhand dieser einfach gemachten Farbskala direkt ablesen, ob noch alles in Ordnung ist oder ob Sie irgendwie eingreifen müssen. Entweder mit einem Luftbefeuchter oder dann vielleicht auch dementsprechend, dass Sie etwas gegen die Feuchtigkeit in der Luft tun. Das ist wirklich ideal für alle Wohnräume, Küche, Bad und Keller, Lagerräume und Wittergärten. Für 6,56 Euro sichern Sie sich das ganz schnell zu Hause unter der NC74569. haben Sie das ganze Produkt ganz schnell bei sich. Ich finde das eine sehr tolle Sache, weil man ja auch oftmals in Mietwohnungen nicht mehr auf den höchsten Stand sind und man hat auch nicht immer diese Thermometer. Und so weiß ich immer ganz genau, auch wie viel Grad drin ist, wie meine Luftfeuchtigkeit ist oder wie die Trockenheit ist. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Was ich auch noch super finde, was du angesprochen hast, man kann es auch wirklich hinstellen auf dem Schreibtisch oder im Regal oder in der Küche und auch ganz toll im Badezimmer. Weil im Badezimmer wächst dann natürlich auch ganz schnell Schimmel, Viren und damit kann ich das natürlich auch wieder entgegensorgen und bin dementsprechend ganz gut gewappnet. Also ganz schnell anrufen unter der Note 180 und 51, 51, dreimal die zwei und für ganz kleines Geld sich das sichern. Und ich sehe jetzt gerade schon, ich bin so begeistert von dieser Box, weil ich habe sie mir jetzt tatsächlich selber bestellt, weil ich die sowas von praktisch finde, gigantisch und mega. Und jetzt beruhige ich mich erstmal, weil wir hier eine tolle Wärme- und Kühlbox haben. Eine wunderschöne Wärme- und Kühlbox und das ist auch das Besondere bei diesem Gerät, eine thermoelektrische Kühl- und Wärmebox. Das heißt, egal wie Sie sie einsetzen möchten, als für die Kühlung von Speisen und Getränken, sowie auch zum Warmhalten von Speisen und Getränken, ist es möglich, geht ganz einfach. Wir sehen jetzt hier an der Seite nämlich gerade schon die kleinen Steckverbindungen, wo ich die Kühlbox anschließen kann. Entweder natürlich an den normalen Strom, aber auch 12 Volt. Und 12 Volt, das sagt Ihnen vielleicht jetzt was. Schauen Sie mal hier, das ist der Stecker für 12 Volt. Das ist nämlich der Stecker fürs Auto. Das heißt, ich kann diese Kühlbox optimal ins Auto mitnehmen, kann das wunderbar einstecken und habe dann unterwegs, wenn ich mit dem Auto wegfahre, immer die Möglichkeit, meine Speisen und Getränken kalt oder warm zu halten. Vor allen Dingen, wenn du gekocht hast und das zum Beispiel mitnehmen möchtest, zum Beispiel wenn du gerade renovierst und du möchtest warmes Essen, den Handwerkern zum Beispiel bringen, manchmal ist man ja so nett, oder seinem Liebsten oder seiner Familie, dann können Sie hier wirklich warmes Essen reinstellen und es wärmen und es kommt auch wirklich wie frisch zubereitet warm zu Ihren Freunden, Verwandten oder natürlich auch Mitarbeitern. Und was ich ganz, ganz toll finde ist, dass man das ja auch kühlen kann und ins Auto. Und ich kann das natürlich auch, wenn Sie zum Beispiel gerade renovieren, dann haben Sie natürlich keinen Kühlschrank. Und dann haben wir noch das weitere Kabel, um es normal an der Steckdose anzuschließen. Und das ist ein ganz tolles Teil. Also ich bin so begeistert, Sie können es zum Beispiel in Ihrer Wohnung anschließen, vorkühlen, Ihre kalten Getränke reintun und dann im Auto gehen. Und Sie haben die ganze Zeit konstant Ihr Essen, was natürlich in der Hitze, wenn es ausgesetzt ist, jetzt gerade am Wochenende, wo es ja heiß werden soll, ist es konstant gekühlt und kommt nicht eine Sekunde der Wärme entgegen, sodass Sie Angst haben müssen, dass da schnell Salmonellen oder sonst was entstehen. Weil Sie haben hiermit immer entsprechende Kälte vorgesorgt, für entsprechende Kälte. 39,95 Euro, das ist unser Preis für diese tolle Kühl- und Wärmebox. Und wir schauen direkt mal zu unserem Mutterkonzern, zu Pearl.de, was Sie hier heute mit unserem TV-Sonderpreis sparen können. Bei Pearl.de schon ein sehr guter Preis, 79,90 Euro. Normalerweise liegt der empfohlene Preis vom Hersteller bei 140 Euro. Und wir haben gesagt, nein, es wird warm. Auch Sie brauchen eine Kühlbox für Ihr Auto, für Ihren Urlaub, für Ihre Urlaubsfahrt. Daher hier bei uns unser TV-Sonderpreis. 39,95 Euro. Und da kann man zuschlagen, da kann man sich die mal leisten. Da sollte sich die auch jeder leisten. Weil gerade, was du angesprochen hast, man ist bei der Hitze mit dem Auto unterwegs. Man hat vielleicht Einkäufe gemacht. Man hat so einiges dabei, was kühl bleiben muss. Das geht hier bei dieser Kühlbox, denn die ist wirklich riesengroß. Schauen Sie mal an, da passt so einiges rein. 30 Liter Inhalt gehen da rein. Da passt Ihr gesamter Wocheneinkauf ohne Probleme rein. Einfach alles rein, rein, rein. Und schön im Auto kühlen. Und das bleibt dann auch alles kalt. Das ist perfekt. Also ich bin auch begeistert, dass wir jetzt hier zum Beispiel auch Gemüse drin haben. Was ja auch ganz schnell pumpig wird, wenn man davon zum Beispiel eine Stunde Autofahrt hat bis zu Hause. Schmeckt es nicht mehr. Joghurt können Sie meistens schon direkt wegschmeißen. Ja, bei 30 Grad oder dann im Auto ist der meistens noch wärmer. Und auch das ganze Obst ist nicht mehr genießbar, auch besonders Weintraum. Och, ist das nicht herrlich, wenn Sie so leicht gekühlt sind. Und wir sehen gerade in unserem Einspieler die junge Dame, die damit schon im Camping sitzt. Aber ganz toll, wir haben ja auch zwei Rollen. Sie können das auch hinterher sich ziehen. Das heißt, wenn es voll beladen ist, Sie müssen jetzt nicht denken, Sie müssen jetzt schwer schleppen. Sondern wir haben hier das System wie bei einem Koffer. Ganz, ganz einfach hinter sich herziehen. Und deswegen kann ich Ihnen das auch nur wieder empfehlen, sich das zu bestellen unter der NX 1183 569. Sichern Sie sich das für Ihren Kühlschrank, für Ihr Auto. Ja, und dann geht es hier direkt weiter. Und Sie sehen, wir haben uns ein Gartenlicht aufgestellt. Aber nicht irgendeins, sondern eine wunderbare Solar-LED-Lampe. Und das Besondere an Solar-LED-Technik ist. Ich bin ja davon total überzeugt. Ich glaube, ich habe dich auch schon total angesteckt und dich begeistert, oder? Weil Solar-LED-Technik, Solar natürlich, zum Ersten, wir sparen richtig Geld. Denn Strompreise gehen immer weiter nach oben, Sie wissen es. Und hier, wenn mit Solartechnik gearbeitet wird, und das kann ich Ihnen gleich mal zeigen, ich stehe mal mit auf, um Ihnen das zu zeigen. Ich nehme hier mal den Kopf unserer Lampe kurz ab. Und dann können wir das uns anschauen. Hier oben ist ein großzügiges Solarpanel eingearbeitet. Da wird die Sonnenenergie aufgenommen. Und dann geht die Lampe natürlich, wenn es dunkel wird, mit einem Dämmerungssensor dementsprechend an. Und schafft tolles Licht bei Ihnen zu Hause. Und das ohne an den Strom angeschlossen zu sein. Das heißt, keine Kosten für Strom. Und das Zweite ist natürlich, man kann die Lampe, dadurch, dass man keine Leitung legen muss, überall positionieren, wo man sie haben will. Ist das nicht clever? Ich finde das so was von clever. Und vor allem dieses Strom sparen ist ja ein Aspekt. Aber schau mal an, das sieht man allein schon, wenn du neben der Laterne stehst, das macht total was her. Das ist optisch absolut schön. Und vor allen Dingen, wenn Sie solche Lampen kaufen, die sind absolut unbezahlbar meistens im Geschäft. Und vor allen Dingen, Sie haben ein lästiges Kabel legen, was Sie dann überall auf Ihrem Boden legen müssen. Und haben da meistens das Problem, Sie müssen das richtige Kabel finden, das Kabel auch richtig verlegen. Dann müssen Sie Angst haben, dass Sie gleich die Mäuse das anknabbern. Und jetzt sehen wir gerade in diesen Einspieler, das ist romantisches Licht und wunderbar. Und das wertet natürlich auch Ihr Zuhause und Ihre Terrasse so richtig auf. Und kannst du dir das vorstellen, wenn du draußen auf der Terrasse sitzt und du hast links und rechts so eine kleine Laterne, so ein bisschen so romantisch, wenn du darauf wirklich so die Lust hast, auf Romantik kannst du sie natürlich überall auch hinstellen, wo du sie haben willst. Das ist das Tolle hier, einfach überall hinstellen, egal wo Sie es haben möchten. Man kann die Höhe auch dementsprechend verändern. Also hier haben wir jetzt mit drei Einheiten eine Höhe von 1,66 Meter plus den Kopf noch mit dazu. Oh, hier bin ich aber klein. Ja, bis hier quasi. Und man kann das aber in der Höhe dementsprechend verändern. Das ist überhaupt kein Problem. Schau mal, ich kann zum Beispiel ein Element rausnehmen. Jetzt bin ich größer. Dann wird sie ein bisschen kleiner. Ich kann, wenn ich möchte, wenn das mir auch noch zu hoch ist, kann ich sogar noch ein Element rausnehmen. Auch das überhaupt kein Problem. Schau mal, zack, nehmen wir das noch mit raus. Dann wird sie hier so. Oh, das sieht ganz toll aus. Ist das süß? Guck mal, ist das goldig? Ich kann mir das so wirklich im Garten, am Teich vorstellen. So richtig wunderschön. Und vor allen Dingen ist das eine angenehme Größe auch für mich. Also bei der einen würde ich mich schon ein bisschen erschlagen fühlen, aber bei dieser Größe, Sie können sich wirklich so nach Ihrem eigenen Belieben die Größe basteln. Heute habe ich Bock auf eine große Lampe, auf eine kleine Laterne, auf eine mittlere Laterne. Genau, und das ganz einfach zu installieren, Montagematerial ist mit dabei. Entweder mit drei mitgelieferten Schrauben direkt fest am Boden verschrauben oder wir haben auch einen Erdspieß mit dabei. Das heißt, da kommt hier unten dann dieser Erdspieß rein, sodass ich die auch ganz einfach dann in einen Grasboden oder in einen anderen Untergrund reinpiken kann. Dann steht die auch fest. Also sehr, sehr einfach, was die Montage betrifft. Das finde ich auch mal ganz praktisch, sodass ich mir gar keine Sorgen machen kann. Solartechnik, das heißt keine Kabel verlegen, Strom wird gespart und Sie können sie aufstellen, wo immer Sie möchten. Und das für 47,41 Euro hier. Und das unter der Bestellnummer NC6902569. Dann sichern Sie sich das unter der 0181,51,51, 3x2. Ich bin hellauf begeistert, weil ich das ein ganz tolles Stück finde und vor allen Dingen so günstig finde. Und vor allen Dingen noch dazu, on top als Punkt 3 ist, Sie können die Laterne auf gewünschte Größe einstellen. Das ist ein ganz tolles Stück. Und somit kommen wir zu einem weiteren Produkt aus dem Bereich Technik. Und das ist unser tolles Dell Venue 8 Pro. Etwas ganz, ganz Besonderes, denn es ist ein echtes Dell-Tablet. Wir sehen es hier und Dell steht natürlich für tolle Markenqualität. Es sind Neugeräte, die wir Ihnen hier anbieten dürfen. Brandneu, niegelnagelneu. Kommen Sie quasi direkt von Dell dann auch zu Ihnen nach Hause. Und das zum TV-Sonderpreis von 99,95 Euro. Das ist so ein Preiskracher hier. Und Sie sehen es gerade eingeblendet. Es geht schon wieder aus. Es sind die letzten Stückzahlen. Deshalb ganz, ganz schnell ran ans Telefon, wenn Sie das noch bestellen wollen. Es ist eingeblendet schon. Es sind wirklich noch ganz, ganz wenige leider da. Deshalb ganz schnell, wenn Sie sagen 99,95 Euro, ein Dell-Tablet, das Venue 8 Pro. Ganz, ganz schnell bestellen in diesem wunderschönen Schwarz. Es ist edel und super verarbeitet. Und Dell steht natürlich für klassische Qualität. Und dass wir das zu diesem Super-TV-Sonderpreis anbieten können, finde ich persönlich schon als großes Highlight. Und mittlerweile ist es ja so, dass jeder gerne so ein Tablet haben möchte. Und Sie kennen das ja sicher selbst. Der Sohn möchte vielleicht eins. Sie selber möchten vielleicht eins. Und da sind Sie ganz schnell bei hohen Summen. Und hier, hier haben Sie das zu großer Qualität, zu kleinen Preisen. Und ich finde das immer sehr praktisch, wenn Sie unterwegs sind und Sie möchten jetzt nicht einen großen Laptop mitnehmen. Vor allen Dingen passt das ja auch nicht in die Handtasche. Das hier zum Beispiel passt in die Handtasche, in die Sporttasche. Sie können da ein bisschen, also Kathi guckt jetzt gerade schon nach dem nächsten Produkt, was sie wieder backen oder kochen kann. Ich habe mal so eine App aufgemacht. Du hast ja die ganzen Apps da drauf. Das ist super. Das ist auch Rezepte zum Beispiel eben mal angucken. Ganz einfach drauf gucken, weil im Handy ist das natürlich unständlich. Aber wenn du jetzt zum Beispiel bei Freunden bist und du überlegst, spontan will ich jetzt mal einen Kuchen backen. Aber was? Dann bist du mit dem kleinen Handy dran oder du musst wieder an den Computer dran und dafür brauchst du dann wieder einen Drucker. Und das heißt, du hast so viele Komponenten, die du gar nicht zu dem Moment benutzen willst. Und wenn du jetzt das Tablett hast, das ist erstmal wunderbar groß. Eine tolle Bildfläche, tolle Verarbeitung. Vor allen Dingen kannst du hier das ganze Rezept drauf gucken, ohne zu drucken, ohne nochmal deinen Laptop auszupacken oder den Computer anzuschmeißen. Wir haben hier ein 8 Zoll Tablet. Das bedeutet 20,32 Zentimeter Displaydiagonale, die wir Ihnen hier anbieten dürfen. Mit einem wunderschönen Vierkernprozessor. Das heißt, es reagiert natürlich auch ruckzuck. Das sieht man hier bei mir natürlich, wenn ich hier zum Beispiel allein diese App mit den Rezepten, wie schnell sich hier die Bilder aufbauen natürlich, wie schnell man alles anschauen kann. Das ist eine tolle Sache und alle Annehmlichkeiten, die natürlich ein Tablet bietet. Das ist ein vollwertiges Tablet hier, mit dem ich natürlich auch alles machen kann. Also ich denke jetzt in den Bereich alleine E-Book-Reader, weil ein normaler E-Book-Reader kostet mich schon 100, 150 Euro. Hier bekomme ich ein vollwertiges Dell-Tablet gerade für 99,95 Euro. Das heißt, das ist wirklich ein richtiger Knaller, weil damit können Sie ja noch viel, viel mehr machen als nur, in Anführungsstrichen, mit einem E-Book-Reader. Wobei man E-Books natürlich auch wunderbar mitlesen kann. Ja, aber hier hast du, wie du schon angesprochen hast, alles in einem. Und ich finde das so schön, wir sehen ja auch gerade in dem Video, der junge Mann liest damit ganz bequem. Und das, was tolle ist, man braucht keine Eingewöhnungszeit. Man kann es ganz einfach bedienen wie Ihr Smartphone und können dann einfach aber auch ins Internet gehen per Fingerdruck, sage ich mal. Leicht eine Touchscreen. Das ist so einfach, wie Sie in dem Video sehen, einfach anwählen und schon ist das Fenster geöffnet. Und da sehen Sie auch, oder wenn Sie spielen wollen, das geht natürlich auch auf die Tablet. Das ist natürlich ein viel, viel besserer Blickwinkel, als wenn Sie auf Ihren Smartphone spielen. Toll finde ich natürlich auch, wenn du eher darauf spielst, als wenn du mit einem Smartphone spielst. Weil das Smartphone, denke ich, immer sollte man wirklich nur zum Telefonieren oder E-Mail checken nehmen. Wobei wir hier ja auch E-Mail checken können. Es ist ein vollwertiges Dell-Tablet. Es ist ein Windows-Tablet. Das ist natürlich was ganz Besonderes, denn Sie kennen bestimmt Ihren Rechner zu Hause und kennen da die Desktop-Oberfläche von Ihrem Rechner zu Hause. Klassische Windows-Oberfläche. Und ich kann Ihnen gleich mal was zeigen hier bei meinem Tablet, weil ich bin jetzt hier einfach mal von dieser Kachel-Oberfläche, die ja bei Windows besteht, auf diese Desktop-Oberfläche gewechselt. Das können Sie auch ganz einfach machen und dann sieht das so aus. Schau mal. Das sieht genauso aus wie zu Hause auf meinem PC. Also das ist sowas Wiedererkennungs. Man fühlt sich gleich wieder wie zu Hause. Da oben ist der kleine Papierkorb. Hier unten ist die Taskleiste mit den unterschiedlichen Tasks, die ich aufmachen kann. Und ich habe hier auch alle Office-Programme einfach mit drauf. Das heißt, ich kann hier auch ganz normal per Word einen Brief schreiben. Ich kann hier per Excel arbeiten. Ich kann hier eine PowerPoint-Präsentation drauf machen. Das ist hier alles wie bei meinem Rechner zu Hause. Das bedeutet halt, wie du gesagt hast, keine Umgewöhnungszeit. Das ist das Tolle. Ich kann darauf arbeiten, wie gewohnt auf meinem Rechner. Und wenn ich dann möchte, kann ich hier auch in diese Kachel-Oberfläche wieder wechseln. Daran werden Sie sich dann auch relativ schnell gewöhnen, auch wenn Sie noch nicht damit gearbeitet haben. Da hat man dann hier auch seinen Explorer. Das ist dann nur so aufgeteilt. Echt wie zu Hause? In so unterschiedliche kleine Kacheln. Also eine tolle Sache. Also ich kann das immer nur sagen, wirklich wie zu Hause, aber man hat wirklich keine Eingewöhnungszeit. Weil es wirklich so simpel und einfach. Sie können natürlich auch sich aussuchen, ob Sie komplett Ihren Computer so klein und Weise als Kopie auf den Touchscreen hier machen. Und dann haben Sie das simpel und einfach ganz schnell bestellen unter der ZX2100569 für 99,95 Euro ist das ihrer.